Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Mod Versteller und zwar ich habe hier die FSI Bieber umgebaut, also auf Modpasta gefunden, der kann man hier jetzt sägen, richtig geil, ist alles gleich, kostet 6000€, gleicher PS Bedarf, alles gleich, gleicher Shopbild, mit der Textur sind auch alles gleich, nur dass hier die Sägeblätter hier zwei Stück dran sind und die anders angeordnet sind. Normalerweise sind die ja da in der Mitte und jetzt kann man sie einfach anmachen, also ganz normaler Bedienung über linke, rechte Maustaste, hier, so, macht sie über B wieder an und dann fährt man den Baum ran so und schon fährt man den Baum. Also richtig geil. Und da weg ist er. Wie ihr sehen könnt, ich habe ja schon ordentlich was weggehauen. Ah, da unten, da überall. Und es klappt wirklich sehr, sehr gut, also wirklich ein Lob an den Modder, erst mal auf die Idee zu kommen. Das ist schon richtig geil. Und um die Umsetzung ist auch richtig schön. Nach meinem Baum fällen, seht ihr, ganz gleich, man muss einfach nur in diesen Bereich da rein, wenn er eingegeben ist, und schon fährt man. Da kann man ihn auch unstoßen, und fertig. Schon ist der Baum gefällt. Ja, das war es mit dieser Mod-Verstörung, sage ich mal, tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal, euer Lecumens-Plays. Lasst ein Like und ein Abo da, tschau. Ja, das war es mit dieser Mod-Verstörung.